Hi, Dr. Sommer. Ich zeige jetzt mal ein paar Grundlagen für das Klauhämmer. Achtung! Erstmal nehmen wir den Zeige oder besser den Mittelfinger und schlagen die erste Seite runter, also ab. Danach schlagen wir die Seite noch einmal an und nehmen dann den Daumen. Der erste Ton ist genauso lang wie die zwei anderen Töne. Das ist der Rhythmus. So, das ist die Grundlage. Jetzt spiele ich mal etwas, was ich aufgeschrieben habe. Wir fangen an mit der fünften Seite und drücken die mit der linken Hand und schlagen an. Das ist in der Übung 1 der erste Takt. Und jetzt mache ich entsprechend weiter. Das war Übung 1. Jetzt kommt etwas Neues. Und zwar kommt jetzt das Pulling Off. Das Pulling Off heißt, ich nehme einen Finger und schlage meine gegriffene Seite an. Achtung! Und während dieser Anschlage ziehe ich den Finger ab. Das ist Pulling Off. So, dann gucken wir mal, wie das entsprechend klingt. Auf der Übung 2. Achtung! Jetzt die richtige Übung. Achtung! So oder ähnlich. Inzwischen hat der Verbrei bei uns da hinten was zu sagen. Deswegen bitte nicht irritiert sein über die Nebentöne. Also, bis dann! Viel Spaß beim Üben!